Sicherheit ist beim Online- und Mobile-Banking das Wichtigste. Daher brauchen Sie für jede Zahlung eine Transaktionsnummer, kurz TAN. Doch was steckt dahinter? Mit der TAN bestätigen Sie Zahlungen im Online-Banking. Sie wird speziell für einen einzelnen Auftrag generiert und ist zeitlich begrenzt gültig. Und wie funktioniert das? Es gibt verschiedene TAN-Verfahren. Wir empfehlen Ihnen SecureGo oder SmartTAN Photo. SecureGo ist ein rein App-basiertes TAN-Verfahren für Android- oder iOS-Geräte. Die kostenlose SecureGo-App laden Sie auf Ihr Smartphone oder auf Ihr Tablet. Für SmartTAN Photo benötigen Sie einen PC oder Laptop, einen TAN-Generator und Ihre Giro-Card. Den TAN-Generator bestellen Sie einfach in unserem Online-Shop. Und welches Verfahren ist das bessere für mich? SecureGo eignet sich am besten für Kunden, die gerne mit Smartphone oder Tablet arbeiten. Für unterwegs ist dieses TAN-Verfahren das komfortabelste. Nutzen Sie keins dieser Geräte, verwenden Sie am besten SmartTAN Photo. Weitere Infos zu SecureGo und zu SmartTAN Photo finden Sie hier. Gut so ist sie. Und das ist dann die Geräte. Bis zum nächsten Mal.